Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hasefeld, unserem Schandierprojekt. Jetzt fahren wir zurück vom Pferdehof oder Pferdegestüterwerk, wie auch immer, und sammeln die restlichen Ballen ein. 56% hatten wir ja jetzt nach der letzten Ladung. Und das waren 2 und 3 Spallen, also ein bisschen weniger wie die Hälfte. Da könnte man ja eventuell 3 Fänger 50 Gewinn machen, aber nur eventuell. So, jetzt machen wir die Weltreise zum Feld. Weil zwischen Feld und dem Gestüt ist eine Bergkette. Und die haben vergessen, Tunnel zu graben. So, dann machen wir hier plus Cooker. So. 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 So So. 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 Südli. Für eine Weltreise bis dort hin doch am feinsten. So, gleich sind wir da. In der Wiese sind wir schon. Bis wir die Einfahrtsfeldeinfahrts finden. So. 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 Nummer 13, Nummer 14, da war die Nummer 15 und der letzte Ball kommt jetzt. So, ich finde die Nummer 3 zum Gestüt. So, ich finde die Nummer 15 und der letzte Ball kommt jetzt. So, ich finde die Nummer 15 und der letzte Ball kommt jetzt. Jetzt nichts, weil ich sehe nichts durch die Bremen. Aber ich habe Glück. Wir haben nicht gerannt von irgendwem oder irgendwas. So, ich finde die Nummer 15. So, jetzt muss ich den Kreisverkehr ausfädeln. So, ich fuhre uns ein Schlepper und Gegenverkehr. Jetzt riskieren wir es. Überholen. So, ich kann auch schon abbrechen nach dem der nächste. Ich finde nur gar nichts hier. Schaffen wir es, schaffen wir es nicht bis zur Einfahrt. Schwierige Sache. So, vorbei ist der Mast mal. So, drei. So, drei. So, wir haben dann auch Zucht. ist das. Ah, so. Lesen kann ich klar ein Vorteil, aber egal. Ja, ich mach schon mal, dass du irgendwo hin sollst. So, und zack. 84%, was wollen wir mehr? Da brauchen wir noch 16%, dann haben wir das jetzt drin. Haben wir das in Sack und Düden. Da brauchen wir das in Sack. Da brauchen wir das in Sack. Und da brauchen wir das in Sack. Ich kann sieすごい davon ausziehen. So, ich habe das in Sack, wie ich das in Sack. Und ich kann sie mal anziehen. Sooo, die Lege. Gucken, ob wir diese Folge beenden, die Mission jetzt. Komm, fahr schnell. Ich hab keine Zeit hier. Das sind auch keine 50-Kollege-Schnürschuhe, die du laut Schild fahren darfst. Das sind wirklich fast 40. Ich hab keine Zeit hier hinterher zu bummeln. So, die Lege. So, die Lege. So, die Lege. So, die Lege. Aber ich bin kreislich geworden. Point of gets so easy wieder. Nachem. So, nächste Ladung Ballen sammeln geht los jetzt. 48 haben wir jetzt weggesammelt bis jetzt. 70 haben wir gepresst. Sind das noch nach Adam Riese 22 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben noch Ballen lager, gleich 3 Stück aufs Mahl. So, machen wir die Ecke fack. So, das ist noch nicht so. So, das ist noch nicht so. So, das ist noch nicht so. Jetzt haben wir noch mal 3er Stapel Ballen auseinander. Das ist wohl wachs wachs. So, das ist noch nicht so. So, das ist noch nicht so. So, und rum. So, einen noch. Und dann haben wir noch 6 Ballen liegen. Aber die 6 Ballen, die machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder fast am Ende für diese Folge. Okay. So, mal gucken, wie weit wir kommen jetzt. So, komm ich erst mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.